Genau, ineinander die Finger, genau, nicht zudrücken, okay, locker bleiben. Und tief einatmen und ausatmen, genau. Ausatmen, genau. Und ausatmen. Sehr gut. Hast du es gespürt? Ja. Nimm die Hände mal auf die Brust. Auf die Brust. Ging ja voll, ich habe es ein bisschen schlimmer vorgestellt. Hast du es gespürt? Ja. Es ging, es ging eigentlich los. Ja, es ist ober und reich. Okay, sehr gut. Also nichts Schlimmes, ne? Hat es dir schwierig getan? Nö. Sehr gut, jawohl. Alles klar. Oh, voll verrücktes Gefühl. Alles gut? Ja, alles gut. Was spürst du so? Das fühlt sich voll durchblutet gerade an. Das fühlt sich voll verrückt an. So voll warm gerade. Fließt so, ne? Ja, es fließt, ja. Genau. Also mal locker zu bleiben. Jawohl. Mal hier. Mal hier. Locker lassen. Machst du es selber auch manchmal? Ja, aber so. Und wie ist es jetzt? Gut. Okay. Nimm die Hände mal auf die Brust. Alles gut? Alles gut. Hast du es gespürt? Ja. Bist du wohin? Alles gut vorwürdig. Bist du herrlich vorwürdig. Perfekt. Normal ein-aufsatmen. Deine Hages-Vibelsäure-Fall. Perfekt. Schön locker lassen. Oh ja, guck mal hier. Bei drei, bei vier. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ja, das ist... Ja. Oh ja. War spürbar. Oh ja. Krass. Okay, dann wollen wir direkt weiter. Dann ist es rein. Drück rein. Drück rein. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Okay, ja. Kannst du dich noch bewegen? Ja. Ja, alles gut. Ich spür ein bisschen wärmer, ja. Sehr gut. Es ist gut.